Wo spielt ihr eigentlich Danke-Bälle, Free-Balls, Chance-Bälle hin, wenn ihr den Ball nicht druckvoll zum Gegner angreifen könnt? Und was macht der Gegner mit euch? Fallen euch da womöglich Bälle rein oder entstehen Spielsituationen, die schwierig zu lösen sind? Wir wollen uns heute mal angucken, was beim Danke-Ball am häufigsten passiert und wie man am cleversten eine Lösung dazu finden kann. Lass dran, schaut euch an! Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist immer noch Martin. Hier dreht sich alles immer noch ums Thema Volleyball. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielen Dank, dass ihr meinem Kanal so treu seid und dass ihr mal wieder ein Video von mir anschaut. Ich bin total happy, dass ich weiterhin eine leichte Anzahl an steigenden Abonnenten habe und dass auch meine Videos immer noch geklickt werden. Und dementsprechend möchte ich noch einmal hier an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen und ganz herzlich Danke sagen. Es macht mir unfassbar viel Spaß mit euch. Ich freue mich über jedes Kommentar, antworte auch gerne darauf, wenn ich die Zeit dann dazu finde. Und nehme das Feedback auch gerne auf. So habe ich ja gerade erst eine kleine Serie gemacht zum Thema, wie gehen wir mit mehr als zwölf Spielern im Training um. Und daraufhin kam der Anreiz, was mache ich eigentlich mit solchen Primzahlen wie sieben oder elf Spielerinnen oder Spieler im Training. Und auch dazu habe ich jetzt etwas geplant. Ich muss bloß erstmal ein Training finden, wo ich entsprechend vielleicht ein paar Videoaufnahmen machen kann, damit ich nicht nur das Ganze an Schaubildern zeige. Also insofern immer rein unten in die Kommentare, das was euch bewegt, was euch interessiert. Dann können wir da im Sinne einer Schwarmintelligenz auf jeden Fall gemeinsam was entwickeln. Und ich zeige dann eben gerne meine Ideen dazu. Wohlweislich, dass sie nicht immer stimmen müssen, sondern einfach nur meine Meinung darstellen. So, heute soll es darum gehen, was beim Dankeball passiert. Denn im Regelfall sieht man, dass Dankebälle, die also nicht druckvoll angegriffen werden können, sondern nur noch als Bagger oder gepritschter Ball übers Netz kommen, immer in Richtung der kurzen 2, vielleicht auch der kurzen 1 gespielt werden. Das Ganze hat natürlich seinen Hintergrund. Und ich möchte heute mit euch darüber sprechen, was denn die Hintergründe dafür sind, welche taktischen Rahmenbedingungen bestehen, welche Möglichkeiten wir haben, damit umzugehen. Und was ich machen würde, um möglichst geschickt diese Situation zu meistern, legen wir los. Für die Betrachtung im heutigen Video gehen wir von einer Standardaufstellung aus. Das grüne Team hat den Ball und wird einen Dankeball spielen. Das blaue Team soll verteidigen, steht mit Außenangriff, Mitte, Diagonal am Netz, in der Abwehr Libero auf 5 oder eben auch Zuspiel und Diagonal vertauscht. Das heißt Zuspiel am Netz, Diagonal auf Abwehrposition 1. Für die Frage, wohin soll der Dankeball, gibt es kein richtig oder falsch, aber es gibt meines Erachtens durchaus erfolgsversprechende Strategien. Da der Zuspieler in jedem Fall am Angriffsaufbau beteiligt ist und auch eine Schlüsselfunktion erfüllt, sollte der Ball auf jeden Fall in diesem Bereich, also auf die kurze 2, gespielt werden. Einerseits kann das zu Verwirrung und Abstimmungsfehlern zwischen den Spielern führen. Auch kann man damit Angreifer binden und damit ihren Angriffsweg und ihren Angriffsschlag erschweren. Und auch das Zuspiel ist nicht besonders leicht, wenn der Ball für den Zuspieler aus dem Rücken kommt. Unterscheiden müssen wir stets, ob der Zuspieler vorn, also am Netz oder aus dem Hinterfeld agiert. Bei Zuspiel hinten, also aus dem Hinterfeld, bewegt sich der Zuspieler direkt, sobald er erkennt, dass ein Dankeball erfolgt, ans Netz, um sich für das Zuspiel bereitzuhalten. Die drei Angreifer am Netz, Außen, Mitte, Diagonal, positionieren sich etwa auf ihren Angriffsanlaufpositionen, um den Angriff durchzuführen. Und der große Teil des Feldes wird durch den Libero übernommen. Auch der Außenangreifer auf der Position 6 verschiebt sich, um entsprechend noch ein wenig Fläche zu übernehmen. Hier ein Beispiel aus einem Training, wo sich der Libero mit der Nummer 2 frühzeitig in die Mitte bewegt, um den Dankeball zu übernehmen. Auch bei Zuspielern im Netz gelten die gleichen Grundideen und die Angreifer bewegen sich auf ihrer Anlaufposition, um einen Angriffslag durchführen zu können. Dabei ist jedoch zu beachten, dass der Diagonalspieler sich etwas weiter im Feld zurückziehen muss, um einen Rückraumangriff zu machen und dementsprechend der kurze Ball auf die 2 nun durch den Mittelspieler übernommen werden muss. Im Trainingsvideo seht ihr hier die Verschiebung des Liberos und auch des Mittelspielers, der den kurzen Ball Richtung 2 übernimmt, damit der Diagonalspieler frei für den Angriff bleibt. Dabei möchte ich nochmal klarstellen, dass bei allem Regelwerk natürlich alles situativ bleibt und jeder Ball anders sein kann und der Diagonalspieler auf seiner Anlaufposition 1 natürlich sehr wohl auch einen Ball verteidigen kann, der als Dankeball übers Netz kommt. Hier das Beispiel, was nicht passieren soll. Dankeball auf kurze 2, Mitte und Diagonal gucken sich an. Ich denke, es wäre günstiger gewesen, wenn die Mitte diesen Ball übernommen hätte, um den Diagonalspieler für den Angriff frei zu sperren. Hier seht ihr mal ein Beispiel aus einer Rallye, wo der Diagonalspieler den kurzen Ball übernimmt und dementsprechend für den Angriff kaum zur Verfügung steht. Der Pass kommt dann in aller Regel über die Position 4. Daher empfinde ich das frühzeitige Bewegen der Abwehrspieler und Angreifer auf ihrer Anlaufposition für so wichtig und das muss eben auch trainiert werden. Eine passende Übung dazu gab es ja im letzten Video. Optimal wäre es natürlich, wenn immer der Libero den Dankeball übernehmen kann, da er am Angriff nicht beteiligt ist und anschließend in die Sicherung gehen kann. Dies setzt allerdings voraus, dass er frühzeitig erkennt, dass ein Dankeball kommt und auch genügend Zeit hat, mehr oder weniger das gesamte Feld zu übernehmen. Das fällt leichter und klappt umso besser, je länger der Ball in der Luft ist, also je weiter der gegnerische Spieler vom Netz entfernt steht. Umso kürzer der Ballweg vom Gegner, umso eher müssen die eigenen Abwehrpositionen gehalten werden. Umso länger der Ballweg, umso eher können alle Angreifer sich auf ihren Angriff vorbereiten und ich kann meine volle Angriffspower und alle Varianten ausnutzen. Die Abstimmung dazu muss trainiert werden, damit die Mitten nicht ständig dem Libero die Bälle klauen und dann womöglich für einen Schnellangriff nur bedingt zur Verfügung stehen. Für die Abstimmung ist daher Kommunikation auf dem Feld unerlässlich. Ein frühes Rufen kommunizieren sollte daher im Training offensiv eingefordert werden. Hier seht ihr noch Beispiele aus der Trainingseinheit, wo es genau darum ging, die Abstimmung bei Dankebällen zu verbessern. Durch die Einkontaktbälle, die ich als Trainer von hinten einwerfe, sind die Spieler auf der K2-Seite gefordert, frühzeitig zu antizipieren, was passiert, um sich dann im Feld optimal aufzuteilen. Hier nochmal einen Dankeball mit langer Flugbahn. Dementsprechend kann der Libero frühzeitig in die Feldmitte den Dankeball übernehmen und wir haben alle Angriffsoptionen. Als Abschluss möchte ich noch einmal den Leitsatz Abwehr vor Angriff anbringen. Das bedeutet, dass ich erst meine Abwehr organisieren muss, bevor ich mir Gedanken zum Angriff mache. Nicht andersrum, insofern bei aller Freude über einen Dankeball. Erst einmal muss dieser gesichert und konzentriert auf den Punkt zum Zuspiel gebracht werden. Dann können wir uns Gedanken über den Angriff machen. Okay Leute, ich hoffe wieder etwas, wo ihr sagt, total guter Hinweis. Habe ich gar nicht so dran gedacht. Vielleicht sagt ihr aber auch, machen wir genauso oder machen wir anders. Gerade wenn ihr das anders löst, dann gerne unten rein in die Kommentare, was ihr für sinnvoll erachtet und warum vielleicht euer Weg viel geschickter ist als meiner. Ich halte das schon für ziemlich clever, damit umzugehen. Wohl weißlich, dass jeder Ball natürlich immer situativ entschieden werden muss. Wenn es euch gefallen hat, Like da lassen, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Ich freue mich darauf, euch im nächsten Video wiederzusehen. Macht's gut, tschüss und bye bye, euer Martin.